Die EM kommt zu dir nach Hause. Barbarische Fußballfans überfallen deine Stadt. Thema Nummer 1 ist Fußball. Und dass die Tat der Veranstalter befiehlt, erlebe Emotionen. Hört sich das nicht nach einer Katastrophe an? Du denkst, das Schlimmste, was dir passieren kann, sind lange Warteschlangen für öffentliche Toiletten, kalte Bratwürste und fluchende Fußballfans. Es könnte noch viel schlimmer kommen. Aber nicht mit Kitty. Dem Survival-Kit für die stilbewusste und humorvolle Frau, die an der Euro08 Spaß haben will. Mit dieser äußerst eleganten Tasche bist du in diesem Dschungel von Fanmassen, Siegesfeiern und Trauerzügen bestens gewappnet. Und überlebst spielend alle nur erdenklichen Situationen. Du schaust dir ein Spiel auf einer Großleinwand an und bist plötzlich umgeben von fanatischen Fans. Oder ist dein Freund ein verbissener Fußballfan? Dann kannst du nur hoffen, dass seine Mannschaft gewinnt. Wenn sie jedoch verliert, sind endlos Diskussionen, aggressive Stimmung und Liebesentzug deines Partners die Folgen. Kein Problem, mit Kitty hast du das wandelbare Fan-T-Shirt zur Hand, das sich jeder Nationalität iner Sekunden anpassen kann. Stülpe es um von Rot auf Weiß und wechsle die Landeswappen aus. Erspare dir mühsame Diskussionen und Pöbeleien. Schicke jeden Miesmacher zum Teufel. Genieße die Emotionen des Spiels jederzeit als Sieger. Laufe erfolgreich von der einen Fanmasse in die andere über. Viel Spaß beim Feiern. Ein Spiel geht zu Ende und du steckst in der Mitte von Verlierern fest, die traurig und frustriert erstarrt sind und ein kollektives Weinen ausbricht. Wirst du aufliegen, weil du keinen Grund zum Weinen hast? Keine Angst. Fake your tears. Mit Kitty hast du jederzeit zwei Ampullen mit speziell zu diesem Zweck destillierten Tränenpräparaten dabei. Dein Kajal wird verschmieren. So wie richtig. Du schaust dir ein Fußballspiel hauptsächlich wegen den schönen Spielern an. Wenn du dies jedoch zugibst, wirst du von Besserwissern belästigt, die dir die Abseitsregel erklären wollen. Nichts da. Mit Kitty weißt du alles über diese Abseitsregel, kennst alle Nationalhymnen und kannst in allen Sprachen fluchen. Dank den klaren Illustrationen und Erklärungen in der Bedienungsanleitung von Kitty bist du innerhalb von wenigen Sekunden besser informiert als jede Nervensäge in deiner Nähe. Schaust du ein Spiel, in dem dein schöner Held vom Schiedsrichter sanktioniert, verwarnt und mit gelben Karten bedroht wird? Ist der Schiedsrichter möglicherweise sogar gestochen? Stich zurück dank der effizienten und von echten Zauberern geprüften Schiedsrichter-Voodoo-Puppe kannst du den Spielverderber in die Knie zwingen, gewinnst jede Wette und entscheidest sogar den Ausgang des Spiels. Überlebe mit Kitty die größten Katastrophen der Fußballgeschichte und amüsiere dich selbst beim Aus deiner eigenen Mannschaft. Mit Kitty bekommst du ein vollständiges Survival-Kit in einer eleganten Ledertasche, die so praktisch und kompakt ist, dass sie in jede Handtasche hineinpasst. Sei immer bei den Siegern mit dabei, denn du weißt, eine Mannschaft, die ins Finale kommt und siegt, bestreitet nur sechs Spiele, das Turnier umfasst jedoch 31. Mit Kitty schwelgst du 31 Mal an Glück. Das ist mehr als das Fünffache der positiven Emotionen eines Fans, dessen Lieblingsmannschaft Europameister wird.